Die Dunkelheit Die Dunkelheit Wo ist dieser Berg Kiel kreiert? Verhoff Heah Nö Nö nicht Sind wir endlich Statue für ein Meridia Und wir haben ja Meridia Sternen schon gefunden Seht Euch meinen zerfallenen Tempel an So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels. Der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Rosenburg, Rosenburg. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Kein Ding. Sterbliche nennen es den Dämmerbrecher, denn es wurde in einem heiligen Licht geschmiedet, das über meine Widersacher hereinbricht und Verderbtheit und Falschheit wegbrennt. Ihr werdet in meinen Schrein eintreten, Malkoran vernichten und diese mächtige Klinge zurückholen. Natürlich, ich habe es befohlen. Jetzt gilt, das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Malkoran hat die Türen verschlossen, doch dies ist mein Tempel und er hört auf meinen Befehl. Ich werde euch einen Lichtstrahl hinab senden. Führt dieses Licht durch meinen Tempel, dann werden seine Türen sich öffnen. Ähm, okay. Äh, hallo? Jawohl, Marmot. Machen wir hier. Tempel von Kühneres. So, gucken wir, was hier los ist. Ich dachte, ich soll hier irgendein Licht begleiten. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Okay. Toll. Weiter geht's. Hier, noch am Ende. Ich glaube, wir kommen auf, guck mal auf. Bei beiden, gleich raus. Ja. Das ist ihr Lichtschein, okay. Boah, die haben ganz viel Gült. Ja, er leuchtet. Da rein, müssen wir dort noch. Eckig mal. Ich hab kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Wird der Schatten, okay. Wird der Schatten, okay. Nehmen wir. Komm jetzt da allein. auf. Ahhhh! Ahhhh! teamwork wir gehen erst mal da lang ich will irgendwie so ein bisschen dick ich gebe euch deckung wie kann ich euch stehend haben ich weiß auch noch nicht was aber irgendwas das hier auf alle fälle das das jetzt haben wir wieder Platz dann mal los hier 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 Ja, das ist gut. Da geht es weiter, was ist hier? Oh, haben wir, haben wir, haben wir weiter. Da geht es. Von hier. Ah ja, klar, ich mach die leere auf. Oh ne. Oh ne. Über den Hesten, wie sie sehen. Verwesene Leiche. Timpel. Hä? Ja. Ja. Ok, hier rein. Ja ok, ich bin ein bisschen nett zu ohne. Hallo? Nicht aufhalten von meiner Mission. Niemand vermag dieses. Stell auf ihn an. Keine Hand rum. Okay, okay, okay. Okay. Ja, ich komm gleich hoch. Eintürschlüsselerforderlich, okay. Wir müssen gut. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Immer kurz gucken. Nehmer, nehmer. Auch Schlüsselerforderlich, okay. Ja. 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 mit mir epppppp hier weiter wir machen erst mal das hier ich glaube ich habe es auch nur nemo 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 hier vorne Schlüssel erforderlich jup alle hat vorsichtig was auch noch nicht öffnen also mal die ganze weg von vorne zack hihaa so zack 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 passt nix mal die verwesenen Leichen die Verwesenen Leichen haben schön viel Gold weiter 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 hier begreift es ohne gehen wir mit hier irgendwas schönes nö weiter wo gehen wenn ich da durchgehe denn kommt mal rein und weiter rein und 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 Hm? 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 Es ist vollbracht. Der Schender ist besiegt. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Machen wir gleich. Ich gucke mich hier mal nur um. Ich gucke mich hier. Warum habe ich jetzt gerade schon hier einen Dämmerbrecher gefunden? Okay. Malcoran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ein neuer Tag bricht an und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen, auf das mein Einfluss wachse. Kein Ding. Möge das... Aber jetzt muss ich gleich mal gucken, ob ich zwei Dämmerbrecher habe. Mhm. Schön. Schön. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch-Spiel. Links findet ihr in der Beschreibung.